...zu zeigen, weil die ja wirklich nichts zu verkaufen sind, vielleicht dieses Jahr überhaupt nicht, ja. Also da gibt es zum Beispiel, es ist wirklich sehr schön, aber da haben sie die Balkon zu den Nachbarn. Hier hat man einen super schönen, super schönen Meerblick auf den Sonnenstand. Hier seht ihr den kompletten Sonnenstand. Hier kann man abends dann schön vorlaufen, das sind Geschäfte, wo man schön gefakte Sachen kaufen kann. Und hier bei dem Hochhaus, hier geht dann direkt die Hauptstraße, geht rein, wo dann die ganzen Diskotheken, Bars, Restaurants, McDonald's, Subway, da ist alles davon.